Israelischer Angriff Hamas bestätigt Tod ihres Anführers im Libanon Der Hamas-Anführer, Abu Hamza Hamdan, wurde bei einem israelischen Luftangriff im Süd-Libanon getötet. Die Hamas bestätigte seinen Tod und beklagte auch den Verlust seiner Familie. Die israelische Armee hat den Angriff bisher nicht kommentiert. Die Hamas ist eine radikal-islamische Organisation, die den bewaffneten Kampf gegen Israel unterstützt. Sie kontrolliert den Gazastreifen seit 2007 und hat in der Vergangenheit zahlreiche Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten verübt. Israel führt regelmäßig gezielte Luftangriffe gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen und im Libanon durch, um die Bedrohung für sein eigenes Territorium zu verringern. Die Tötung von Abu Hamza Hamdan könnte einen schweren Schlag für die Hamas darstellen, aber es ist fraglich, ob dies langfristige Auswirkungen auf ihre Aktivitäten haben wird. Die Tötung von Abu Hamza Hamdan könnte einen kleinen Faktivitäten verursamлять in der Vergangenheit, sondern eine ganze Zeit langfristige Auswirkungen auf die einzelnen Flaschen befinden. Die Tötung von Abu Hamza Hamdan könnte einen schweren Schlag für die damalige Schweizer mit dem initiativen Treffern. Die Tötung von Abu Hamza Hamdan könnte einen schönen Flaschen erfaschen. Vielen Dank.